Woche 5 Grundantriebe zu Ende denken Der Ruf der Freiheit will einen nicht durch die Außenwelt hetzen, sondern in den inneren Raum des Seelengrundes vordringen lassen. Dort bleibt es still, auch im größten Getöse der Welt. Dort erreicht einen keine Verletzung, auch wenn sie noch so tief war. Dort ist man ganz und heil. Dort erlebt man das inhärente Glück der Seele, unberührt von allen Erlebnissen und Eindrücken in der Welt und trotz aller Entbehrlichkeit, welche man durchleben musste. Das schenkt einem mitten in den Schmerzen eine Heimat inmitten der Verdrossenheit, Aufgehobenheit, Führung auch im Alleinsein und freudigen Jubel auch in der erlebten Trauersituation im Außenleben. Transierte Religion hat die drei Grundantriebe Essen, Sexualität und Besitzstreben als Feinde verstanden, die es auszumerzen oder zumindest zu reglementieren gilt. Der innere Weg versteht sie als Belebung, als schlafende Antriebe zu Gott, die noch zu Ende gedacht werden wollen. Im Essen, in der sinnlichen Befriedigung, sucht man eigentlich Lebendigkeit. In der Identifikation mit Körpern, mit Totem, will doch eigentlich die frohe Heiterkeit zelebriert werden. Aber sie endet immer in der Sättigung, was die inhärente Eigenschaft des Begrenzten ist. Deshalb will der Drang zur Sinnenfreude uns eigentlich zur Identitätsklärung einladen. Denn daraus folgt die kreatürliche Leichtigkeit und Freude, aus welcher wir im Wesen bestehen. Die Sexualität ist die Kraft, die einen auf ein Du hinbezieht. Der Unsichere schnappt sich das Vorläufige, das heißt das Menschliche gegenüber. Die kreative Lebenskraft der Sexualität begnügt sich aber noch nicht damit. Sie sucht nach Rasa, Gottesaustausch. Das Besitzstreben sucht letztlich die Stille. Man glaubt, wenn man endlich einmal alles beisammen hätte, könnte man sein. Der Entscheid zum Schritt zur Stille erübrigt die endlosen Arrangierungen, die man glaubte, davor noch tun zu müssen. Der Antrieb zum Besitzerwerben kompensierte auch den Minderwert, welchen die Seele in der Identifikation mit Fremdem immer in sich trägt. Man will sich selbst eine Bedeutsamkeit und Wichtigkeit geben durch die Dinge. Diese vermögen aber niemals ihr Versprechen einzulösen. Zu Ende gedachtes Besitzstreben lässt einen in den eigentlichen Wert, nämlich in die Erkenntnis fallen, dass die Seele von Krishna angenommen, geliebt und erwartet ist. Darin hat sie auch ihren Wert. Das Zu-Ende-Denken jeder Sehnsucht führt einen immer zu Bhakti hin, dem Grundantrieb einer jeden Seele. Viele unerfüllte Wünsche tummeln sich an der Oberfläche des Bewusstseins. Was wäre nun, wenn diese erfüllt würden? Was wäre dann im Unterschied zu jetzt? Die unerfüllten Wünsche sind es, welche die begrenzte Identität fixieren. Dieses begrenzte Sein, das wir mit dem Leben verwechseln, ist Leiden. Unterhalb der unerfüllten Wünsche pocht der eine Wunsch nach vollkommener Gottesliebe. Es ist beruhigend, dass diese Ketten solcher Oberflächenwünsche auch mit dem Allerwertvollsten dieser Welt nicht zu kompensieren sind. Jeder Mensch, auch der, der nach außen hin areligiös erscheint, sehnt sich im Grunde nach der Unendlichkeit Gottes. Die tiefste Triebfeder dafür, dass der Mensch so ruhelos danach sucht, was ihn glücklich und zufrieden macht, ist letztlich die Sehnsucht der spirituellen Suche. Auch derjenige, der sich leidenschaftlich für vergängliche Anliegen einsetzt, der mit ganzer Kraft seinen Besitz vermehrt, der sich immer neu in einen Partner verliebt, der für bessere Lebensverhältnisse kämpft, wird letztlich von der Sehnsucht nach Gott angetrieben. Alle Belange dieser Welt haben inhärent eine Lehre in sich, wenn sie erfüllt werden. Es gibt eine Diskrepanz zwischen der vorgestellten Freude, wenn man sich die Wunscherfüllung ausmalt, und der erlebten Zufriedenheit des erfüllten Wunsches. Es ist immer Krishna, nach dem jede Sehnsucht hinzielt. Erst in dieser Erkenntnis kommt man in der ruhelosen Suche nach Erfüllung zur Ruhe. Gratet passend wird einer Nachricht von diesem Onun